Ich bin Liam und ich arbeite bei der Firma Nussbom AG. Ich bin Logistiker im ersten Lehrjahr und heute werden wir euch zeigen, wie es so bei uns läuft. Das ist mein Mitlehrender Liam, der gerade im Wareneingang ist. Er ist an Material verlesen, das gerade für das automatische Hochregal angekommen ist. Bei dieser Tätigkeit überprüfen wir die Menge und ob es der richtige Artikel ist, der auch wirklich bestellt worden ist. Als Logistiker aus der Region Olten geht man ebenfalls auch in die EBC, in die Schule. Wir haben einmal in der Woche Schule und Hauptfächer sind Berufskunde und Fachkunde. In der Berufskunde geht es vor allem um Theorie, vom Schaffen in der Fachkunde geht es um Mathematik. Das Coole als Logistiker bei der Firma Nussbom ist, dass wir ein sehr junges Team sind. Zudem macht es Spass, an verschiedenen Arbeitsplätzen zu arbeiten. Ich stehe jeden Morgen gerne auf und freue mich. Hier seht ihr mich und Liam am Kommissionieren. Kunden stellen bei uns zum Beispiel im Onlineshop, dann kommt der Auftrag direkt zu uns. Und wir füllen die Kiste mit dem bestellten Artikel, sodass es am Schluss versandbereit und in den Warenausgang rüberkommt. So, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick in unseren Berufsalltag gehabt. Wenn es euch gefällt hat, befreit euch für eine Schnuppenlehre. Tschau zäme! Tschau zäme! Tschau zäme! Tschau! 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 geht in達 небольш few シ Vince. Christmas! Florian symbo!